Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der Elternkennation, der Babyboomer auf dem Weekend On-Off. Klaus war gerade einkaufen, Klaus nimmt gerade mit dem Lume auf hier und von daher ist es ein bisschen schwierig hier das alles zu halten. Also heute ist der 26.02.2020 und wir haben viertel von neun und der einkauf kommt jetzt. Einkauf des Tages Haferflocken, Brötchen zwei Stück, Bananen, Zwiebeln und Apfelsinien. Ja heute ist der 26.02.2020 und wir haben jetzt viertel von neun. Okay das war's.